Achtung, das nachfolgende Video ist nur eine Umgehung, das Switch aufgrund von abgespielter, copyright geschützter Musik im VOD Strafen vergeben kann. Es sollte trotz dieser Umgehung im Besitz der Rechte eurer ausgestrahlten Musik sein, nur Copyright Playlisten oder speziell dafür ausgelegte Player verwenden. Servus Land und Zocki, willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube Channel und einem neuen Video für euch Streamer da draußen. Ein extrem geiles Video, wie ich finde. Dann stellt euch mal vor, ihr könnt zukünftig wieder eure Lieblingsmusik im Stream abspielen und braucht keine Angst mehr haben, nachträglich im Twitch VOD, also dem Video, was nach dem Stream abgespeichert wird, ein DMCA Strike bzw. Band zu bekommen. Geht nicht, geht sehr wohl und am besten gehen wir da gleich eine Wette ein. Sollte es bei euch funktionieren, dann lasst mir ein kostenloses Abo da. Sollte es nicht funktionieren, schreibt es mir unten in die Kommentare, was das Problem ist und ich werde mich persönlich darum kümmern, dass ihr dieses Feature oder diesen Weg genauso nutzen könnt wie ich. So, was brauchen wir dazu? Wir brauchen einerseits die Software bzw. den Treiber Virtual Audio Cable. Dazu habe ich letztens schon ein Video gemacht, ich verlinke euch das oben in der Videobox, was das überhaupt macht, dieses Programm bzw. dieser Treiber, wie ihr den downloadet und wie ihr den richtig installiert. Also checkt auf jeden Fall vorher dieses Video ab. Wir brauchen für unser Vorhaben auf jeden Fall hier zwei virtuelle Kabel. Dann brauchen wir noch OBS Studio ab der Version 26.1, denn ab dieser Version wurde ein Feature hinzugefügt, wo ich eine Audiospur festlegen kann. In dem Fall ist es bei mir die Spur 6, welche im Twitch View die abgespeichert werden soll. Also hier müsst ihr das Käkchen setzen und dann eben eine Audiospur nimmt einfach 6, dann könnt ihr genau dasselbe machen, wie ich hier im Video hier 6 aktivieren und das war's mal. So, was war das Problem jetzt bisher? Ihr seht ja, ich habe hier die Audiospur Spotify eingefügt. Das hat jeder bis jetzt auch schon gemacht, der vor diesem Problem gestanden ist. Jetzt hört man im Normalfall diese Audiospur ab mit der Monitoring-Funktion, die es hier gibt in OBS oder eben mit der Abhören-Funktion in Windows. So, sobald ich das mache, wird aber in OBS sozusagen der Sound von der Spotify Audiospur an unseren Desktop-Sound übergeleitet und somit ist die ganze Einstellung, was ich mit der Twitch View die Spur gemacht habe, hinfällig. Denn es wird dann nicht mehr auf der Spotify-Spur wiedergegeben, sondern eben auf der Desktop-Audiospur. Ja, das wollen wir nicht. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Lösung, wie wir Spotify abhören können, ohne dass es OBS Studio mitbekommt. Richtig? Nein. Es geht anders. Dazu gehe ich nochmal ganz kurz in die Vibi Audio Software Homepage und scrolle hier herunter. Da kennt man wirklich gut, dass es die Funktion gibt, sobald ich ein virtuelles Kabel hier installiert habe, ist der Eingang mit dem Ausgang verbunden. Das brauche ich, sobald ich in die Einstellungen hier gehe. Rechtsklick beim Lautsprecher unten, Sound-Einstellungen öffne. Seht ihr hier schon, dass ich hier eine seltsame Einstellung gemacht habe. Und zwar habe ich meinen gesamten Sound auf ein virtuelles Kabel, nämlich Cable Input in dem Fall, gelegt. Das heißt, alles, was auf diesen Rechner abgespielt wird, geht auf dieses Cable Input, auf dieses virtuelle Kabel. So, wenn wir jetzt runtergehen unter den erweiterten Soundoptionen App, Lautstärke und Geräteeinstellungen, sehen wir das noch einmal. Hier können wir genauso routen, welches Programm wo abgespielt werden soll. Wie gesagt, Cable Input, meine Standardquelle, alles wird abgespielt außer Spotify. Spotify spiele ich auf dem Cable A Input ab. Also das heißt, je nachdem, welches Programm ihr verwendet für eure Musik, ist es jetzt Winamp, ist es Media Player, ist es Spotify oder ist es vielleicht sogar euer Browser, dann müsst ihr eben beim Browser eben zum Beispiel jetzt Cable A oder Cable B, je nachdem, das ist komplett egal. Wollt ihr zum Beispiel Discord auch noch auf eine eigene Spur, dann nutzt ihr vielleicht Cable B in dem Fall. Gut, jetzt haben wir das mal definiert. Jetzt gehen wir hier zurück in die Soundsystemsteuerung und hier haben wir genau das, was ich vorher gezeigt habe. Wir haben hier die Eingänge, sozusagen die drei Eingänge, die mit den Ausgängen zusammenhängen. Das heißt, alles, was beim Eingang reinkommt, ist auch beim Ausgang hörbar. Und daher gibt es in Windows die Funktion Rechtsklick, Eigenschaften und Abhören. Das Abhören kann ich hier mit diesen Häkchen aktivieren und hier unten unter Wiedergabe von diesem Gerät gebe ich jetzt meine Soundkarte an, wo mein Headset dranhängt oder mein USB-Headset, je nachdem, was ihr habt. Bei mir steht jetzt Lautsprecher USB-Sound-Device, bei euch steht vielleicht Lautsprecher Realtek, wäre so eine Standard-Soundkarte. Drückt ihr OK und das macht ihr genauso auf den anderen Spuren. Also das ist mein kompletter PC-Sound, der wird jetzt da auf mein Headset weitergeleitet. Dann gibt es noch Cable A, das ist ja im Prinzip meine Spotify-Spur, wo ebenfalls diese Einstellungen hier tätigen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Discord wäre eine Möglichkeit auf B haben will, mache ich das hier natürlich genauso. So, das war es mal mit den Einstellungen in Windows. Kurzes Recap, was macht das jetzt? Sobald ich einen Sound in Windows abspiele, wird das auf mein Cable Input sozusagen weitergeleitet. Das hängt mit dem Cable Output zusammen und dort höre ich mit meiner Soundkarte ab. Jetzt gehen wir in OBS Studio hinein. So, in OBS Studio ist jetzt ganz wichtig, dass ihr in die Einstellungen geht, unter Audio. Und das nicht so wie bei vielen standardgemäß hier eure Soundkarte, also euer Desktop-Sound hier drin ist, also Realtek oder wie auch immer oder euer USB-Headset, je nachdem. Sondern wir nehmen unseren Standard-Sound, nämlich unseren Cable Input, geben hier das ein und unsere Spotify-Spur zum Beispiel eben das Cable A-Input hier ein. Sobald ich das hier mache, gibt es die zwei Spuren hier auch unten im Mixer. Wir können das nochmal nachprüfen. Spotify ist im Prinzip bei den Eigenschaften der Cable A-Input und der Streaming-PC, also der Desktop-Sound, ist in dem Fall jetzt der Cable Input. So, das heißt, Recap bisher, dass ihr mir folgen könnt, sobald ein Sound abgespielt wird am PC, wird es auf diesen Cable Input geleitet, dann an Cable Output und dann an mein Headset und beim Cable Input wird das Ganze vorher von OBS abgefangen und gibt hier einen Ausschlag und wird in den Stream übertragen. Genauso funktioniert es natürlich bei Spotify. So, jetzt müssen wir noch eine Einstellung machen und zwar in den erweiterten Audio-Eigenschaften, also hier unten auf das Zahnrad klicken, erweiterte Audio-Eigenschaften, maximieren das Ganze, dass ihr auf einen Blick seht und wir haben ja in den Einstellungen definiert, dass die Twitch-VUD-Spur von der Audio-Spur 6 übernommen werden soll. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier nur die Audio-Spur 6 an und definieren, was soll auf der Twitch-VUD-Spur alles oben sein. Soll unser Gaming-PC, in dem Fall, ich habe ein Dual-PC-Setup, oben sein? Ja, natürlich. Also mache ich hier das Häkchen. Soll unser Mikrofon erkennbar sein auf der Twitch-VUD-Spur? Natürlich, machen wir ein Häkchen bei 6. Unser Streaming-PC, also unser Desktop-Sound, natürlich auch, ebenfalls Häkchen. Soll Spotify jetzt hörbar sein auf unserer Twitch-VUD-Spur? Natürlich nicht. Das heißt, hier machen wir dann kein Häkchen und alles ist hörbar auf eurer Twitch-VUD-Spur außer Spotify oder je nachdem, welche Musiksoftware ihr vorher im Routing, eben dem Windows zugeteilt habt auf dieses Cable-A-Input. Und das war's. So einfach geht's. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es funktioniert bei euch. Denkt an die Wette. Lasst mir ein kostenloses Abo da. Ich würde mich auch über den Daumen hoch freuen, sollte es euch geholfen haben. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, ab in die Kommentare damit. Wie gesagt, ich kümmere mich um euch, dass es bei euch genauso funktioniert. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Liebe. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Zocki. Ich bin der Zocki.